Freuen Sie sich nun auf den Hannoveraner Springpferde-Champion 2013, den Montender-Sohn Messenger. Hier bereits in Beobachtung des jungen Stammhalters Karl, der Familie Florian Mayer zu Hartum. Sehen Sie hier nun Messenger mit seiner Runde beim Bundeschampionat. Bei den Sechsjährigen haben. Wenige Wochen ist es her und da war das Hannoveraner-Championat. Es war, finde ich, gerade bei den Sechsjährigen stark besetzt, stark runden. Man musste somit eine richtig starke Runde hinlegen, wenn man sich nun mal eben hier diese gelbe Scherpe hat sichern wollen. Und große Hengste dabei, Qualität unter anderem der Hengst von Fritze Koller, aber natürlich auch der großartige Hengst aus den Reihen von Paul Schockemöhle, der Montender-Balube-Spartansohn aus dem Stamm eben von Staccato, der Hengst-Messenger. Florian Mayer zu Hartum, ein ganz beherztes, toll engagiertes Stechen, welches er dort geritten ist und sich damit mit Messenger eben die Sterpe, die Scherpe hat sichern können zum Hannoveraner-Champion. Und jetzt wenige Wochen danach heißt es, meine Güte, wenn das so gut klappt, dann wollen wir das auch ein weiteres Mal nochmal zeigen. Messenger, den wir hier unter dem Springausbilder Florian Mayer zu Hartum sehen, wurde anlässlich der Hengstvorstellung von Paul Schockemöhle und Otto Becker kommentiert. Also er hat seine Turniererfolge schon altersgemäß erfüllt. Er ist jetzt auf dem Wege, in diesem Jahr seinen ersten S zu gehen. Auch er blutgeprägt. Sehr, sehr vorsichtig und vermögend. Das ist schon so mit einer tollen Galopade ausgestattet, guter Technik. Tötigkeit hatte ich erwähnt. Der Messenger haben wir ja hier die letzten Jahre auch gesehen öfter und hat sich auch weiterentwickelt. Ist jetzt, wie Paul sagt, er ist sieben, er geht die ersten S-Springen jetzt. Und ja, da bin ich echt mal drauf gespannt, ob er das, was er bisher gezeigt hat, was man erahnen kann, auch auf dem Turnier so umsetzt. Aber ich denke doch, ich spreche nicht auf die Erfolge für sich, die er bisher schon hat. Man sieht es auch, er ist rittig, locker, vorsichtig, Art ist gut. Vielen Dank.